hey leute und willkommen zu diesem simcity builded video heute werden wir noch ein paar häuser verbessern ihr seht ich kann hier ziemlich viel machen und ich würde mal sagen wir fangen auch gleich damit an so Und wir haben 43.000 Bewohner, fehlt jetzt gar nicht mehr so viel, nur noch 7.000. Und die Hälfte haben wir schon fast geschafft. Können wir das eigentlich schon verbessern? Oh nein. Es fehlen einfach immer noch die Kameras. Hier fehlt nur eine Menge, da fehlt nur eine Menge. Immer mehr. Ja, okay. Ja, okay. Es gibt einen kurzen Rush und danach gar nichts mehr. Irgendwie so warten, 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 bis die Sachen fertig sind. Alles einmal verbessern, da hat man viel Geld, aber kommt trotzdem nicht weiter. Und das hier ist belastet. Dann bauen wir das mal aus. 19.000 haben wir jetzt. Was wir damit machen können, weiß ich nicht. Ich gucke mal kurz bei Heinz vorbei. Und nein, es gibt nichts zu verkaufen. Gibt es hier auch noch ein Geschenk? Ja. Dreimal Chemikalien. Sie sind ein besserer Bürgermeister als der Kerl, der diese Stadt zurzeit führt. Oh, Dankeschön. Ist auch schon größer geworden, seine Stadt. Ui, was ist denn das denn? Sieht so aus wie ein Stadion oder so. Okay. Ja, dann gehen wir mal zurück. Okay. Mal kurz ein paar Hämmer herstellen. Es fehlt einfach viel zu viel. Ach ja, es ist so schön, wenn man nicht weiterkommt. Joggingstrecke. In einem ziemlich kleinen Bereich. Über 30% ist halt schon viel. 42.250 sind im Cash, okay. Uh, ein Fußballplatz. Ah, nee. Ich lasse das erst mal. Oh, ach, das ist riesig. 0 von 4, 0 von 4, okay. Da komme ich immer noch nicht rein. Also, wenn ihr wisst, warum man da noch nicht reinkommt, würde ich mich echt darüber freuen. Nein, danke. Wie sehen hier die Werte aus? 36. Warte mal. Oh, ich habe das Ölkraftwerk freigeschaltet, aber... Ah, nee. Nee, das mache ich nicht. Atomkraftwerk auch nicht. Kernfusionsanlage. Grün, sauber und brutal. Ich glaube, ich baue das hier. Dazu muss ich aber die Universität haben. Universität hier. 17. Braucht allgemeine Hochschule. Gymnasium 7. 7 öffentliche Bibliothek. 5 Bildungsabteilungen. Ja, alles klar. Kostet halt richtig viel. Sobald ich dann genug Geld habe, hole ich mir entweder halt Bildung oder Transportmittel. Ganz viele Lichter, die immer... immer scheinen in der Nacht. Dankeschön. Es gibt zwei Arten von Menschen auf dieser Welt. Käufer und Arbeiter. Zu welcher Gruppe gehörst du? Käufer oder Arbeiter? Ich glaube, ich bin eher so der Arbeiter. Ich stelle halt alles selber her. Liegt auch wahrscheinlich dran, dass ich gar nichts kaufen kann. Naja, egal. Und es regnet. Na, vielen Dank auch. 22 Minuten noch, okay. Nein, danke. Grundstückspreis. Ach, zeigt es an, wie viel so ein Hauswert ist. So hellblau hier. Es ist niedrig und dann wird es immer höher. Also nun hier von den Parks und den Seen, es ist halt sehr hoch. Also hier. Aha. Was ist das? Standardhäuser, Premiumhäuser, luxuriöse Häuser. Habe ich nur drei Stück. Alle anderen sind Premium. Okay. Aber ich habe kein Standardhaus mehr. Okay. Dann schalten wir beim nächsten Level halt den Strand frei. Aber ich glaube, diese Folge werden wir kein Level abbekommen. Wenn man mal nur sieht, wie es hier vorwärts geht. Oh, ich mache mal das hier. Bei allen anderen ist es nämlich so. Habe ich so gemacht, dann habe ich das jetzt auch gekauft. Zwei Minuten. Ich habe einfach gar nichts. Warte, was wird denn hier gebraucht? Nägel? Ja, Nägel sind auch dabei. Nägel, Nägel, Nägel. Okay, dann halt Nägel. Zwei Stück. Nief und zwei. Ein paar Steuern noch einsammeln. Ähm, nein, danke. Ich habe sehr viel Stahl. Ich verkaufe mal etwas. Äh, nee. Genug. Null Itos System Inc. Hat eine Bestellung für Gemüse, Samen und Hämmer in zwei Stunden, äh, in drei Stunden. Ja, okay, ich werde hier keine einstündige Folge machen. Vielleicht irgendwann mal als Streamer oder so. Oh, ne Kamera. Oh, ne Kamera. Echt das? Ah, nee, es wird immer noch einer. was ist das 17 wettkampf zentrale steht nicht zur verfügung steht nicht zur verfügung flughafen 120.000 futon 90.000 da habe ich ja fast die hälfte geschafft atomkraftwerk bei 70.000 einfach nein danke ja ach ja man kommt einfach nicht weiter ich habe so viel vorbereitet so viel hergestellt damit es klappt aber jetzt hängen wir einfach fest reicht das eigentlich hier noch mit dem radios ja hier kann ich noch zwei häuser hinstellen da kann ich noch fünf häuser hinstellen ja es geht noch sieben weitere häuser kann ich bauen um neue parks zu machen hier fehlen fünf das würde dann jetzt noch sechs minuten dauern soll ich das machen am ende bekommen wir halt nur 800 ja komm dann wird es eine 20 minuten folge das ist dann eine gute zeit oh 17 sekunden noch eine stunde 13 minuten oh 3 minuten haben wir samen wo fehlen denn hier samen da oh das könnte ich machen und das könnte ich dann machen und da fehlen auch noch mal zwei samen und da fehlen auch noch mal zwei samen zwei minuten nur noch ist ja und da wohnern von 1100 könnte ich mir schon kaufen aber der wird zu niedrig 80.000 bewohner 150.000 die würde ich gerne haben Die kann zwei Sachen gleichzeitig herstellen, Umweltverschmutzungsradius 12x12, 3x10, 4x8, 5x6, 5x8, aber die hat dann halt keinen Umweltverschmutzungsradius. Das ist natürlich gut. Mein Stadtlager ist vorher genau. Und wieder zu viel Stahl. Eine Minute noch. Wenn meine Kinder keine Bildung kriegen, wird aus denen nichts werden. Wir arbeiten da dran, ja? Wir arbeiten da dran. Null von zwei. Noch eine halbe Minute dauert das. Hoppla. Eine Minute. Dann könnten wir auch das hier machen. Ja, ich mach's. Ja, ich mach's. Lass mir etwas ziehen. Und da werden zwei Hämmer. Okay. Wir kommen nicht vorwärts. Ich werd jetzt darauf noch warten. Ich warte jetzt, bis das Holz fertig wird. Verbessere ich was und dann ist die Völker auch schon fertig. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen. Ja, das hätte ich nicht gedacht, dass du den Wald siehst vor lauter Bäumen. Nein, was hab ich gemacht? Ah. Ich hab das einfach so verkauft. Nein. Müsste ich jetzt noch mal vier Minuten warten. Ah, Mann. Das tut jetzt halt schon weh. Warum hab ich das gemacht? Ja, okay. Ich verkauf das jetzt ein paar. Zwei Stück vielleicht. So. Sonst verbraucht das zu viel Platz. Ach, toll. Was mach ich hier? Was? Hä? Was mach ich da? Okay, dann stell dich halt jetzt hier. Stahl her. Ach, Mann. Jetzt reicht das nicht. Okay, ähm. Das war jetzt eine recht erfolglose Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst mal ein Like da. Und ich würde dann sagen, tschüss Leute. Bis zur nächsten Folge.